. Shitstorm! Ist diese Frau zu fett für das Sohs? Sieht doch ganz normal aus. Oder nicht?. New York Minus Ihr werdet euch sicher fragen, wer zur Hölle ist Fah Abraham, 26. Nun, Fah Abraham ist vor allem in Amerika für ihre Rolle als sie selbst in den Reality-TV-Serien 16 und Prägnant und Jean Mo, beide 2009, bekannt. Ihr ahnt schon, worum es geht, minderjährige Mütter. . Ihre Karriere setzte sie mit sechs Tapis, diversen Schönheitsoperationen, unter anderem Vagina-Verjüngung, und einem Krankenhausaufrenthalt nach einer missglückten Korrektur der Lippen fort, berichtet das Portal Pomponik. . Inzwischen hat die 26-Jährige ihre eigene Dessos-Linie herausgebracht, und modelt dafür auch gleich selbst. . Allerdings hat sie sich damit einen fiesen Shitstorm eingehandelt. . Viele Follower finden sie nämlich ziemlich fett, also wirklich nicht einfach nur zu dick, und somit ungeeignet für lediglich ein paar Stritten zwischen den Pobacken. . Da dürfte die Dralle vorallerdings drüber stehen. . Konfrontationen steckt sie seit ihrer Teilnahme bei Celebrity Big Brother . 2015. Lockerweg.